Wo ist die Mission mit? Wo ist die Mission mit, äh, hier? Äh, ja, du weißt, Sabusa, wo ist die hin? Sitzt die nicht? Also hat die einmal rausgenommen? Das war... Das war eine der schönsten Missions wieder heute. Das ist voll schön. Yo Leute, zurück bei einer neuen Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Wir können endlich die Hauptstory weitermachen, weil wir haben letzte Folge voll krass mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Sasuke, Sakura fertig gemacht. Und das war voll broken. Und jetzt kommen wir mit der Hauptstory weiter. Naruto und seine Kameraden wurden von Kakashi zusammengerufen, der ihnen von der bevorstehenden Schuhenprüfung berichtet. Die Prüfung erregte sofort Narutos Interesse aber nur. Um daran teilzunehmen, mussten sie zunächst mit Kakashi kämpfen, um zu beweisen, dass sie der Prüfung würdig sein würden. Boah, Alter. Hihi, ich habe alle Aufgaben müssen erledigt. Hä? Ich muss nochmal zum Trainingsplatz? Kakashi hat noch eine dämliche Aufgabe in der Schuhenprüfung? Was? Was ich allerdings nicht verstehe... Wo ist die Mission mit? Wo ist die Mission mit, äh, hier, äh, 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 die Weißer? Wo ist die hin? Gibt's die nicht? Also die haben wir rausgenommen? Das war... Das war eine der schönsten Missions wieder heute. Das ist voll schön. Gut. frighten Witzig Götling Drei Mal Götling Dante Götling nur Aua! Hier mal! Jetzt aber! Hammer! Ich verstehe vor allem nicht, warum er da für den Linkspunkt geworden ist. Man kann sich eigentlich stärker werden oder so oder so nicht. Also habe ich so das Gefühl. Ich meine, gegen Kiwimaru vorher hatten wir überhaupt gesagt. Also was heißt vorhin? Damals? Kokashi-Sensei? Tamagachi-Metsu-Bishi-Toyota? Ich bin großartig! Mission success! Surenpulfon! Ich werde das machen. Bro! Ich bin so scheiße! Ich will das jetzt aber schaffen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ich habe zu viel Ehrgeiz. Zu viel Ehrgeiz. Zu viel Ehrgeiz. Ich bin kacke. Steht! Ich kann mich hier. Ich habe hierhin. Okay. Das war's, oder was? Ne, da unten sind noch reich. Das ist doch was, die Homo ist immer ganz schnell. Dann haben wir die Wunder vor allem schon mal zusammen. Kalt Richtung. Alleine diese Bewegungsabläufe, gebt euch das, das sieht doch so geil aus. Ich feier dieses Spiel abnormal. Und da unten haben wir noch zwei. Kalt Richtung. hoch 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 tout sollte messages vor. Ich centered hier, was ich da. Jo! Schauen wir mal in Prüfung! Oh, geil! Genen aus vielen Dörfern der bla 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 bla! 90 Sekunden! Oder weniger! Heute findet die Schuhe in Prüfung statt! Ich habe mich drei bla 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 bla! So, meine Lieben! Peile das Ziel und bla 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 bla! Kämmer schon! Durch den Todeswald! Nein! Alter! Ich freue mich auf die Schuhe! Ich finde es halt wie gesagt nur ein bisschen froh, dass man halt die ganzen Leben nicht alle machen muss. Also was heißt alle aber halt. Die damit man die Missionspunkte bekommt. Was halt an sich auch nicht schlecht ist, wenn man dann noch ein Spiel hat. Weil viele würden uns einfach so, so wie ich, halt einfach nur mit die Hauptmissionen druschen. Und so sehen wir halt auch mal mehr vom Spiel. Nur meine Lieben! Aber wahrscheinlich alle ab und zu ist das ja auch mal ganz cool. Außer das Spiel ist ja nicht unbedingt so scheiße, dass man sagen muss, ne wäre voll kacke jetzt alle Nebenmissionen machen zu müssen. Weil auch die Nebenmissionen da halt auch nur empfangen. Oh oh! Oh oh! Aber das war nicht? Orochimaru! Aber bei dem, den vermeintlichen Kampf gegen Orochimaru, den sehen wir jetzt schon in der nächsten Folge. Heute die Folge extrem kurz. Liegt daran, ich muss jetzt unbedingt ganz dringend weg. Aber, vielleicht packe ich ja noch ein bisschen von der nächsten Folge dran. Wahrscheinlich eher nicht, weil es dann auch in die Fortproduktion für den Urlaub geht. In der Zeit, wo das hier kommt, sind wir nämlich höchstwahrscheinlich im Urlaub. Vielleicht auch noch nicht, aber... Klingt, aber ist wahrscheinlich. Also meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Describe nicht vergessen. Schaltet in der nächsten Folge auf jeden Fall ein, wenn es da gegen Orochimaru geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Und ciao.